Hey Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und heute werden wir mal zusammen die sicherste OP-Base in ganz Roblox bauen. Und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben und dann bist du auch ein Teil der Santex-Hami. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen und heute, Freunde, bauen wir mal unsere eigene richtig krasse OP-Base. Oh yeah, ihr seht es, ich befinde mich hier in meinem eigenen Turm und wir müssen jetzt dafür sorgen, dass dieser Turm richtig krass sicher ist, damit hier nicht so einfach hier einfach eindringlich reinkommen könnt. Oh man, oh man und oh, oh Freunde, ihr seht es, oh mein Schloss ist jetzt ein gelber Kreis, Freunde. Das bedeutet, wir sind die Opfer vom Angriff und wir werden jetzt angegriffen, Freunde und da sind schon die ersten Eindringlinge, Freunde. Und bam, kommt her, keiner kommt hier in mein Schloss rein. Okay, Freunde, springen wir ganz vorsichtig nach unten und da kommen sie alle, Freunde, bam, volle Attacke drauf. Aber ich würde sagen, ihr schaut mal, wir können uns bestimmt hier, oh jawohl, bessere Waffen kaufen. So, zack, da kaufen wir uns das mal, zack, das haben wir uns auch gekauft und damit sollten wir die auf jeden Fall zerstören. Und jawohl, oh ho, die ist ja richtig OP, die Waffen, Freunde. Und damit werden wir jeden Gegner wegschnappen, sehr, sehr gut. Okay, und Freunde, was wir uns natürlich auch noch hier kaufen können, wir können hier unser Gebäude upgraden. Ich habe hier zum Beispiel solche Laser und ich würde sagen, Freunde, diese Laser kommen jetzt einfach mal hier vor meine Base, damit hier natürlich nicht so leicht hier jeder einbrechen kann. So, zack, zack, okay, sehr, sehr gut, das gefällt mir schon mal besser. Und jetzt sollte unsere Base schon mal ein bisschen sicherer sein. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ha, wer will sich mit mir anlegen, Freunde? Kommt doch alle her, ich mache euch alle fertig. Und da ist der nächste, Freunde, und mit der Waffe hat ihr gar keine eine Chance. Oh yeah. Hier habe ich schon mal so ein paar Laser gebaut. Das ist schon mal der Anfang. Und ich habe eine Idee, wenn man hier durchgeht, Freunde, ich setze direkt hier am Anfang Fallen, weil wenn hier Leute durchgehen, fallen die direkt hier in die Fallen rein. Aber was für Fallen sollen wir uns kaufen? Ich würde sagen, wow, die sehen cool aus, solche Bärenfallen. Okay, ich würde sagen, so, die kommen jetzt einfach mal so hier hin, genau, zack, zack. Sehr, sehr gut, weil hier ist unser Schatz, Freunde, und wir müssen diesen auf jeden Fall in unserer Burg schützen. Keiner darf hier reinkommen. Okay, ich würde sagen, komm, da kommen hier noch so ein paar Bärenfallen hin. So, sehr, sehr gut. Damit natürlich hier nicht so einfach Eindringlinge reinkommen. Und, Freunde, wir schauen mal, da ist ein Eindringling, Freunde. Ah, Tacke, komm her. Du hast keine Chance. Jawohl, Freunde, wir zerstören hier einfach jeden. Das ist einfach sowas von krass, Freunde. Und unsere Base ist jetzt auf jeden Fall schon mal gar nicht mal so schlecht gesichert, muss ich sagen. Das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Aber ich würde sagen, Freunde, wir gehen jetzt mal in den Angriff. Das bedeutet, wir greifen jetzt mal eine Base an. Ha, das wird auf jeden Fall ultra, ultra cool. Aber wir schauen mal, wen sollen wir angreifen, Freunde? Ich glaube, gleich kommt dieser gelbe Kreis um eine andere Base herum. Und dann greift mir diese Base an. Und jawohl. Okay, Freunde, ihr seht es. Wow, was ist das für eine krasse Base. Jetzt werden wir diese OP-Festung auf jeden Fall angreifen. Weil es wird immer eine Festung mit einem Kreis ausgewählt. Und hier kann man dann einen richtig krassen Schatz gewinnen. Und ich würde sagen, Freunde, wow, hier ist schon alles durch Laser geschützt. Da müssen wir aufpassen, Freunde. Aber wir kommen mal ganz vorsichtig. Oh, nach oben. Da sind wir kurz runtergefallen. Dö-dö-dö-dö-dö. Hey, wir sind zu dick. Wir passen hier nicht durch. So, okay. Jetzt sind wir schon mal oben angekommen. Oh, Mann, oh, Mann. Und der Schatz ist da, Freunde. Okay, schaffen wir den Sprung. Und yes. Jawohl, Freunde. Ihr seht es schon. Oh, da ist einer runtergesprungen, Freunde. Und nein. Wir sind durch die Laser gelaufen. Ah, das war so, so knapp. Aber ich würde sagen, Freunde, wir können natürlich noch hier unsere Base ein bisschen krasser verbessern. Wir machen mal hier ein paar Laser noch weiterhin. So, okay. Ich denke mal, das sollte mit den Lasern reichen. Aber wir haben natürlich noch viel, viel mehr andere Fallen zur Auswahl. Zum Beispiel, warte, was haben die hier noch? Wir haben sogar noch eine zweite Seite. Wir haben solche Minen einfach. Yeah. Und wenn jemand über diese Minen drüberläuft, Freunde, dann explodieren die so. Zack. Und dahin kommt noch eine Mine. Jetzt habe ich schon drei Minen gesetzt. Oh, Mann, oh, Mann, Freunde. Und so leicht kommt jetzt keiner in unsere OP-Base rein. Die sehen ja krass aus. Das sind einfach solche, wow, Spitzenfallen. Und die kommen wieder mal in meine Base rein, würde ich sagen. Wohin am besten? Genau hierhin. So, zack. Oh, ja, Freunde. Okay, ich denke mal, unsere Festung sollte jetzt inzwischen schon mal sehr, sehr sicher sein. Und jetzt heißt es wieder, Freunde, ab geht es in den Angriff. Okay, wir schauen mal, welche Base wird jetzt als Base ausgewählt? Wo gibt es viel, viel Geld zu gewinnen? Da bin ich mal gespannt, Freunde. Aber ich würde sagen, wir probieren mal vielleicht, ja, da einzubrechen. Und Attacke, Freunde. Wir schaffen es zusammen. Bam, bam, bam. Und jawohl. Komm her, komm her. Wir greifen die Base an. Nein. Er hat sich gesichert und er versucht, drauf, drauf zu schießen. Aber wir probieren hier einzubrechen. Wir machen einfach hier die Blöcke kaputt. Das ist gar kein Problem. Und jetzt von hinten. Haha. Jawohl. Und damit hat er gar nicht gerechnet, Freunde. Wie krass war die Taktik denn einfach. Oh, Mann. Oh, Mann. Und was? Haha. Sein ganzes Schloss wurde einfach komplett zerstört. Ey. Er hat einfach gar keine Lust mehr gehabt. Oh, nein. Schon wieder meine Burg wird angegriffen. Oh, ich bin im gelben Kreis, Freunde. Okay, aber jetzt bin ich mal gespannt, wie sehr diese Fallen klappen. Das ist schon mal gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Und wir warten einfach mal hier unten bei meiner Burg. Ja, kommt doch alle her. Ihr werdet sowieso keine Chance haben. Meine Burg ist richtig krass gesichert. Was ist denn jetzt los, Freunde? Auf der Mitte vom Berg ist eine Kiste gespawnt. Nein. Er wird sie kriegen. Das darf nicht wahr sein. Er hat die Kiste bekommen, Freunde. Ah, die schnapp ich mir. So, komm schon, komm schon, komm schon, Freunde. Das ist jetzt ein richtig spannender Kampf. Und du entkommst mir nicht. Jawohl. Dort drüben ist ein Eindringling. Seht ihr es? Meine Burg verliert ganz, ganz langsam Leben. Das ist ganz und gar nicht gut. Wir stehen unter Beschuss. Und nein, er ist reingekommen. Er hat sich reingeschlichen. Ei, ei, ei. Und meine Fallen haben nicht geklappt. Aber so, jetzt hast du keine Chance. Und ab geht es mit dir in die Falle. Ja, ja, ja. Renn lieber weg von meiner Base. Und was? Hier ist noch einer. Oh mein Gott, Freunde. Das ist unfair. Zwei gegen einen. Jawohl. Den ersten habe ich easy weggeschlitzelt. Und du entkommst mir auch nicht. Und jawohl. Ha. Ja, Freunde. Easy peasy, ey. Wir haben einfach beide Gegner erfolgreich zusammen eliminiert. Wir sind das beste Team zusammen. High five. Sehr, sehr gut gemacht. Wir haben leider nicht mehr so viel Geld. Aber wir können doch hier ein paar Kaktieren machen. Auch als Fall. Und wenn man da reinreinnt. Autschi. Dann ist man voller Stacheln. Da stelle ich mir sehr, sehr lustig. Vielleicht von hier hinten. Damit ich so einfach hier Leute von hinter meiner Base einbrechen könnte. Oh yeah. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz gute Idee. Und so ist unsere Base auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut geschützt. Und jetzt geht es schon mal gleich ab in den nächsten Angriff, Freunde. Aber bevor wir das machen, Freunde. Schreib mal jetzt gerne unten in die Kommentare. Willst du vielleicht auch mal mit mir zusammen Roblox spielen? Und wenn ja, schreib gerne deinen Roblox-Namen unten in die Kommentare. Und wenn du willst, dass ich mal mit dir spiele. Dann lass dem Video auch jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und dann sehe ich, Freunde, wie viele von euch Lust drauf haben. Und jetzt würde ich sagen, Freunde. Wir gehen wieder zusammen in den Angriff. Alalalalalalalala. Das war mein Indianerschrei, Freunde. Davon kriegt doch jeder Angst, oder? Und Angriff. Jawohl. Okay, sehr, sehr gut. Da sind wir schon mal in die Base eingebrochen. Keiner kommt in die Base rein. Nur ich. Ich schnetzle auch jeden weg. Aber jetzt müssen wir gut aufpassen. Die Base ist natürlich gut mit den Lasern geschützt. Oh, da ist er, Freunde. Schnell, schnell, schnell. Und vielleicht erwischen wir ihn. Nein. Oh, er konnte uns gerade noch so entwischen, Freunde. Komm und zeig schon. Er springt runter. Er springt runter. Er springt runter. Und nein. Er hat uns leider umgefetzt. Wir probieren ein weiteres Mal anzugreifen. Wir machen es wieder mit dem Schwert. Es hat ja davor schon sehr gut geklappt. Einfach hier reinbuddeln. Ganz, ganz vorsichtig. Und jawohl. Wir sind in seiner Base drin. Haha. Deine Laser machen wir nichts aus. So, Freunde. Da sind wir schon mal. Da ist er, Freunde. Komm schon, komm schon, komm schon. Er hat nicht mehr viel Leben. Und, warte, warte. Ich muss treffen noch. Und yes. Ich habe ihn umgestetzelt. Und jetzt können wir hier seine ganze Base zerstören. Jawohl, Freunde. Wir machen das schon mal sehr, sehr gewissen an. Richtig. Oh, krasses Team. Und er spawnt wieder neu. Ich glaube es nicht, Freunde. Das ist ja unfair. Ich habe viel weniger Leben als er. Egal. Ich probiere einfach noch richtig viel von seiner Base kaputt zu machen. Doch, er greift jetzt an. Nein, nein, nein. Und ich habe ihn wieder bekommen. Wie krass ist das denn einfach. Und wir zerstören hier ruhig alles. Jawohl. Du hast keine Chance. Moment mal. Was ist das denn hier? Können wir das einfach auch zerstören? Und wow. Da kommen Tennisbälle raus. Und komm schon. Und nein. Okay. Jetzt hat er uns auch viel bekommen. Let's go, Freunde. Jetzt versuchen wir mal in diese Base einzubrechen. Ja. Zack, zack, zack. Wir machen hier alles kaputt. Und das. Wir haben schon in der Base eingebrochen. Yeah. Und jetzt können wir uns das ganze Geld hier klauen. Oh, yeah. Das ist richtig, richtig krass. Wir müssen das Ganze hier so einnehmen. Komm schon, komm schon, komm schon. Und jetzt sollten wir... Jawohl. Was? Die Base zerstört haben? Haben wir die Base zerstört von dem, Freunde? Und zum Schluss würde ich sagen, Freunde. Wir platzieren hier so giftigen Schleim vor meine Base. Ha. Damit sollte meine Base auf jeden Fall die allersicherste OP-Base der ganzen Welt sein. Hä. Und dann würde ich sagen, Freunde. Das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Sand-Tex-Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin. Tschüssi.